Willkommen! Zurück zu einer weiteren Folge des Survival. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube... Jep! Schmiede! Aber wir hatten doch noch Messer, ne? Ähm... Können wir hier erstmal was ablegen? Irgendwas schweres? Wie viel... Du wiegst viel... Warum sind wir denn so schwer belagt? So viel wiegen die Dinger doch gar nicht, hätte ich jetzt gesagt. Wir haben nämlich noch Messer. Ja, die ich auf jeden Fall loswerden wollte. Das ist das und das. Erst einmal. Und ne Grover... Habe ich ne Grover dabei? Ich hab ne Grover dabei, da wollte ich mal testen, ob man die auch einschmelzen kann, weil die ist ja rein technisch gesehen... Steht sie ja aus, ähm... Medau... Warum das manchmal geht und manchmal nicht, verstehe ich immer noch nicht. So... Würde das... Was bringen... Das geht nicht? Oh, okay. Das geht, okay. Würde 4 bringen. 4,5. Ähm... Grover? 4,5. Oder wir machen... Die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte. Okay. So, 5. Smelt. Ich weiß gar nicht, wie lange das braucht. Eine Stunde, okay. Warum können wir das nicht? Äh, und das wollte ich eigentlich auch noch testen, ne? Hm. Okay, ähm... Was haben wir dabei? Munition hatten wir dabei, ne? Ja... Na, nicht viel, aber ein bisschen. So, Mun. Hoppa und Trinkitrinken. Also... Dam, dam. Ich kann mal aufbrauchen. Ich kann mal sogar aufbrauchen. Hm. Dann hatten wir doch hier auch noch Riegel, ne? Guck mal, was ist, wenn wir die essen? Wie viel gibt denn das? Ähm... Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte. Ah, nicht. 10% würde ich jetzt tippen, ne? Trinkt einen so'n Riegel. Und dann trinken wir als nächstes noch eine Dose. So... Du kannst... Oh, warte mal, haben wir hier noch Platz? Lipp. Voila. Okay. Wie gesagt, Ziel ist als nächstes die Spitzhacke. Dauert eine Stunde. So, wir können natürlich Sprit... 15 Liter passen da gerade mal rein. So, wir könnten natürlich jetzt die Reifen nehmen. Was war das? Nur ein Blatt. Wie viel wiegen denn die Reifen und uns das Auto schnell holen? Ähm... Sündkerze bräuchten wir. Ja, dann haben wir aber die hier. 1, 2, 3... Wie mehr geht... Mehr würden wir gar nicht tragen können. Äh... So, erstmal du weg. So... Ja, wir sollten ein bisschen in der Reserve haben. Aber nicht zu viel, hätte ich jetzt gesagt. Das weg. Der Hammer... Der Hammer... Ach, da haben wir ja auch noch Dosen. Oh, Mann. Der Hammer... Kann... Hä? War der nicht hier drinnen? Ja, war so. Mh, 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 mh gedacht haben wir hier noch was drin auch einmal das weg und schmeißt dich da rein dann haben wir noch essen das kann man noch weg packen erst mal hallo der auch immer im weg stehen muss also wirklich kann ist da ist leer wie lange noch 17 die zeit vergeht ja so schnell eigentlich wollte ich ja mit dem auto löst oder eigentlich wollte ich mir ja mit den reifen die sachen holen so warte mal hier erstmal euch noch mal rein stoppt dann das haut immer noch nicht hin immer noch zu schwer beladen also der hammer der kann schon mal weg das bist du dann wir haben ja hier auch noch sachen auch man sind noch nicht mal ausgeladen okay die zigaretten sind klar die crowbar wiegt immerhin vier kilo weg damit wir trinken einmal und den kanister der nichts wiegt packen wir mal da rein können wir jetzt noch den vierten reifen mit uns mit rumschleppen jawohl so wir können jetzt aber nicht rennen das finde ich nicht schön das finde ich ja überhaupt nicht schön mit der karre dahin ist auch wenn man irgendwas hier lassen hier alles andere jawohl das müsste jetzt gehen jawohl dann lass mal über den hügel da müsste ja direkt die dinge sein haben wir wir haben zumindest eine pistole dabei und ein bogen ohne pfeile ja und theoretisch müsste man stöcker noch einsammeln unterwegs ist sowas hier zum beispiel was man mit der spitzhacke weg klopfen kann fehler die dürfte nicht wiegen das wäre halt das was mich auch interessiert oder ist es wirklich nur rein ab in bergbau bergbau da müssen wir so mal gucken wo hier so was ist so sprit war drinnen zündkerzen müssen wir noch einbauen na fangen wir doch mal an wie jetzt kommt hier in einer stunde problem ist wir haben nur laute sachen dabei und nicht was irgendwie in irgendeiner form weniger sehr schön hallo da haben wir noch ein auto auto nummer drei fuhrpark sehr schön dann haben wir ein fuhrpark so dann können wir ja autos an hier die verunglückten verleihen wach oder naja verleihen wir scheiße wäre vielleicht nicht so gut ja verkaufen aber für was würde man in der post apokalyptischen welt wo man anscheinend genug mhm sprit hat wofür würde man oder wie viel was würde man für so ein auto verlangen was fahrtüchtig ist vollen tank hat äh so dann sollte ja die smelter auch fertig sein stimmt das war das an so jetzt haben wir nämlich hier noch ein haus und das ist ach warte mal wie haben wir ich werde was ausprobieren dumm 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 wo ist mein hammer fällt mir gerade ah ne packen wir erstmal da wir räumen jetzt erstmal aus so schnau das kommt wie so hier rein hab 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 wir räumen jetzt erstmal aus bevor wir jetzt hier irgendwie da ist die gute frage wozu brauchen wir die dann wirklich ne ja hab 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 so wieder auch nicht verkehrt aus reifen batteries da würde ich jetzt sogar sagen mittlerweile weg damit so na lassen wir sie vorsichtshaber da so federn da sehr schön flaschen die sitzen hier aus an der zuckerfront flaschen zucker brauchen wir und wir brauchen water können wir direkt mal einfüllen tipp 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 irgendwie ging das glaube ich dass man auch auf max drücken wollte ich weiß noch nicht mehr wie so dann brauchen wir flaschen und den zucker hier sehr gut wie siehst du aus was auch noch kein wasser na so mal dann feuer frei weil zumindest den zucker verbrauchen der nicht hundert prozent hat ach guck mal wir haben da ja noch eine gießgonne und fischen wollten wir auch noch auch man wir wollen so viel eigentlich noch machen problem ist die zeit verrinnt natürlich schnell ich würde gerne eine mauer bauen also zumindest ein teil stück und dann vielleicht ein zaun so dass die viecher hier nicht mehr hinkommen und wir unsere so ein bisschen unsere ruhe haben davor so das bedeutet dich würde ich noch gerne aufbrauchen wollen so dann gucken wir hier nochmal rein was haben wir denn hier noch schönes drin zucker bretter ok also das was wir sowieso mitnehmen können dann bist du leer das ist schön du hast nur die zigaretten ist auch vollkommen ok irgendwo waren hier aber warte mal hier waren doch noch irgendwo die waffen warte mal warte mal hier schrot ich nehmen wir das gleich mit dann haben wir unser auto soweit auch leer ab an die schmiede wie spät ist das ah 15 uhr schon ich frag mich nur kann ich die bretter auch benutzen hier anscheinend nicht ja dann würde ich die auch zum verbrennen nehmen na also ähm wo haben wir die hingepackt daraus können wir pfeile machen so war der meinung wir hatten noch mehr bretter ah ok das bedeutet wir haben einmal zucker auf jeden fall über über pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam tü tütü tü 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 so warte mal salz hatten wir hier hinten drunter hier hatten wir dich Munition. Hier. So. Äh, wir haben den Vorschlagkammer nicht mitgenommen. Egal. Smelty! Wupp. 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 Ey, das geht nicht. Schade, 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 schade. Aber gut. Wir können jetzt, glaube ich, eine, acht Bretter, und dann können wir eine Spitzhacke bauen. Perfekt. So. Acht Bretter. Ach, warte mal. Ah. Hier, da. Da haben wir die Bretter reingeschmissen. Ey, wie gesagt, die können wir wirklich benutzen, um damit irgendwie anzuzünden. Da sind noch mehr Bretter drin. Oh, Mann. Sortierung, Sortierung. So. Wupp. Schön ist, da kommt auch keiner an mich ran, von den Viechern. Falls jetzt also irgendwie drei Stunden dauert, ist mir egal, ob Nebel kommt. Denn ich möchte gerne eine Witzhacke bauen. Oh, eine schöne Pig-Ax. Okay. Eine schöne Pig-Ax. 100% hat sie. Das ist gut. Gut. Dann können wir morgen, also wenn der Tag hier um ist, muss ich mal überlegen, wo Minen waren. Da oben sieht es aus wie eine Mine, oder? Täusche ich mich? Warte mal. Da. Das sieht aus wie ein Mineneingang. Ähm. Das wäre erst mal Punkt 1, wo ich hinfahre. Das wäre also, wir sind hier irgendwie, müsste das ja hier dann sein. Dann könnte hier noch was sein, Minentechnisch. Würde ich jetzt so tippen? Eventuell noch hier? Waren wir hier schon mal? Hört mir gerade so auf. Sind wir hier über den Fluss schon mal rübergefahren? Wir waren in der Hunting-Area. Aber wir waren noch nicht hier, glaube ich. Oh. Weil hier ist der Hof. Das ist, genau, hier ist unser Search. Dann ist hier der Hof. Da müssten wir dann auch mal hin. Und Lucky Lucky machen. So. Aber ich wollte noch Pfeile erst mal produzieren. Ähm. Ich weiß gar nicht, geht das schneller hier? Oder geht das nicht? Gerade mal 11. Und mit den 13 Pfeile gerade mal. Und das sind auch noch die einfache. Pfeile. Aber gut, wir brauchen Pfeile. Wir können 8 Pro Köcher tragen. Wir bräuchten eigentlich viel, viel, viel mehr. Das ist mies. Equipment Error. Wir müssen unbedingt irgendwie... Na gut, jetzt ist es dunkel geworden. Jetzt nach den Ausschau zu halten, wäre fatal, würde ich sagen. Dann packen wir erst mal... Können wir denn hier Pfeilspitzen bauen? Nee. Pfeilspitzen können wir nur drüben bauen. Dann packen wir euch erst mal noch mal hier hin. Und... Würde ich sagen, ist das, was wir noch einschmelzen. Hätte ich jetzt mal so gesorgt. Pfeilspitzen machen. Pfeilspitzen machen. Pfeilspitzen machen. Pfeilspitzen machen. So, Smelty. Geht das? Boah, perfekt. Aber das gibt nur 350. Split one. So. Dann können wir... euch erst mal... 8, 8. Würde ich sagen, machen wir es einfach mal so. Dich lassen wir und... Dann fertigen wir noch ein bisschen was an. So, was können wir denn noch machen? Den haben wir. Komponenten... Weniger. Metal Scrap. Wozu Metal Scrap? Hä? Craft Metal... Warum sollte ich Metal Scrap? Na gut. Okay, Messer, Machete. Eine Axt. Okay, mit Low-Quality Metal. Spitzhacker hat man auch. Ja. Okay. Das ist halt das, was interessant ist, meiner Meinung nach. Also speziell... Ist das die? Auf jeden Fall hier die Munition. Davon haben wir noch genug. Also die ist gerade hier... Breast Iron. Keine Ahnung. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das herstellen. Wahrscheinlich auch hier in der Smelter. Müssen wir dann uns mal anschauen. So, dann essen wir mal erst mal was. Tut so. Eating für Seizure. Ah, erstmal hier. Drink a dose, Gola. Bevor so schlecht wird. Sehr gut. Dann essen wir erst mal nur dich. Lecker, 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 lecker. Schreude, bego. So, dann haben wir das. Das kann dann weg. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann... Wie spät haben wir das? 19 Uhr gerade mal. Was können wir jetzt noch machen? Hm. Mal, hier ist mein Sessel. Dann machen wir mal kurz hier schön ausruhen. Weiß nicht, wie lange wir hier warten müssen. 37... 36 Minuten noch. Naja, dann warten wir noch 36 Minuten. Also machen wir es so. Dann sollten 36 Minuten mit Hin- und Rückweg hoffentlich vorbei sein. Hm, 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 hm. So. Jawollah. Hep, hep. So, dann gucken wir doch mal. Weil... Das, was wir natürlich am meisten brauchen... Zwei Stunden brauchen wir dafür. Wann mal, kann das nicht Egon machen? Warum bist denn du jetzt schon... Oh, ey. Du gehst mir langsam so ein bisschen... Auf dem Senkel? Middle? Ähm... Three? Was? Du kannst nur cut down threes? Pick up leaves, dumps, about tosses, äh, inventory full. Pick up blocks. Can't reach there. Warum? Ich verstehe es nicht. Brauchst du irgendwas? Status. Du hast eine verdammte Axt. Rifle. Melee weapon. Oh, jetzt hast du sogar eine Melee weapon. Work. Das habe ich noch, ehrlich, noch nicht ganz... Talk. Wait. How are you today? Work. Auch. Ja, von mir aus. I haven't no tools to do this. Was? Was? Du sollst pick up locks? Was braucht er für... Für... Um locks zu pick upen? What the hell? Hier, langer Schlaf. Was? Ah, was? Ihr Uhr? Ah, 10 Stunden? Dann sind wir richtig aus, wie pennt. Lululululul. So, guten Morgen. Done. Einmal drink on the hill. Wir hätten wahrscheinlich erst was essen sollen, was? Aus der Dose. Oh. Oh, du bist so gut wie leer. Hoppa, hoppa. jetzt los so noch mal catries pick up looks du willst mir doch nicht sagen dass keine blocks aufheben kannst du hast so ich war der meinung ich habe den klamotten gegeben merklich sehr merkwürdig okay wir machen jetzt folgendes wir haben jetzt das eisen das packen wir jetzt weg bleiben uns das auto und fahren mal hoch zur mine und ab schlumpf und schlumpf wie sieht es aus was haben wir dabei an munition dafür ein bisschen pistol ausreichend ein bisschen bogen ich brauchen wir nicht kannst erst mal wieder hier rein ja und dann schauen wir mal ob wir so jetzt muss ich überlegen die waren das hier hinten lang irgendwo da hinten war das das hauptproblem war glaube ich dass da drinnen auch fischer sind glaube ich zumindest mich zu erinnern ich glaube da waren wir nämlich schon mal drinnen aber es ging gar nicht so tief rein ne ich mich jetzt nicht ganz täusche ich kann das auch verwechseln mit was anderem Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. What the hell? Ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Warte mal, nein. Äh, warte mal, wir sind... Hier wollten wir hin. Oder war hier die Mine? Nee, wir sind jetzt nach hier gefahren. Und da sind noch mehr Banditos? Banditos. Das Problem ist, wir müssen auch mit der Sniper leider Gottes halbwegs nah ran. Okay, da ist auf jeden Fall eine Höhle. Ey, das ist noch so ein bisschen unbeholfen, würde ich sagen. Wenn die einen nicht sehen und nur einer einen sieht... Nein. Es hat uns erwischt. Äh. Revive. Verdammter Mist. Was haben wir für alles verloren? Müsste rein technisch gesehen alles da rumliegen. Was bedeutet, wir haben aber unser Schrot noch. So. Wir haben sogar unseren Bogen noch. Sehr schön. Na dann. Oh Mann. Okay, ähm, ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal Feierabend. Oder? Ja. Ich seh grad auf der Uhr. Also wir, 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 wir werden jetzt noch zu unserem Auto laufen. Das müsst ihr ja hier hinten. irgendwo sein. Da oben, glaub ich, ist die Höhle. Okay, das sah noch Banditensinn. Damit hab ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, das wär einfach ne Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Warte, machen wir an der Stelle, wenn wir jetzt am Auto sind, erstmal... du willst mir jetzt... was? Okay. Die rennen immer noch rum. Gut, wir machen an der Stelle jetzt Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Höhle. Höhle. Höhle too. Untertitelung des ZDF, 2020